Es ist ganz lustig, auch wenn wir auf Reise sind, nehmen sie einfach Mato mit, wenn sie Pipi machen muss, dann miaut sie und dann nehme ich Sandkasse nach vorne, geht sie rein und die Büchse kann ich wieder zu machen, ist eine sehr gute Katze. Und wenn wir dorthin kommen, wo wir reisen, in Schweden oder Spanien, mal die Tür auf, sie springt raus, nach 20 Minuten kommt sie, will mit uns sein. So gute Katze. Und zu anderen, sie seht euch. Da sind die Hunde jetzt draus und so schön. Ciao. Da kommt das Band. Ich habe zuerst nur geschaut. Jetzt so. Herr Bock. Das ist ein grosser Bock. Wir haben noch nie so einen grossen, schönen gehabt. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der hat gerne. So jetzt zwei Monate da. Er macht Babys. Ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen Ruhiger. Ja, so süß, hä? Bocki, hä? Und der stinkt auch nicht fest. Gell, dann hübscher. Tschüss. Wir haben noch zwei neue Babys. Soj, er tic. Träume ich so. Schnau. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe, Joe! Ich komme. Jetzt geht's los. Fast nicht. Sieht fast aus wie ein Film und der so schön ruhig. Heim, Bocki! Und der schaut schön für die anderen. Mr. Bock, tschüss! Ich habe jetzt sechs Hühner und die sind jetzt am Bein gelähmt. Jetzt tun wir sie immer ein bisschen pflegen, ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriegst du immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, kann sie einfach... Ich kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Wo du gehst, kannst du noch was? Was ist das? Es ist ein Fisch. Ein Hecht. Ich habe noch nie so etwas komisches erlebt. Komm, hei! Komm zu. Zicke, man geht. Und das ist der Ferti. Hi, Ferti! Ja, der kommt nicht so. Das ist der Zicke. Das ist der Zicke. Ferti! Sju nicht! Wo bist er, какую Sjö ausgeregt? Warsche Ver unterscheide, Herr Schäuobser! Siebel席. Hier bin ich, als Letzt. Ja, jetzt habe ich einen grossen, ich gebe keine Sachen grossen. Zudem habe ich ganz etwas süsses, wo er dran gehängt habe, einen kleinen Mink. In Schwierigkeiten sagen Mink, mit Augen. Hier kommt meine Schildkröte, unterwegs im Garten. Ist jeden das Leben sonst? Oh, jetzt gab es jetzt die Blumen los. Ganz schön, schön. Ich habe schon zwei. Sehr schön. Zwei große, relativ groß. Tschüss. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Jetzt kommt nichts weg. Goldeneye... Goldene sugar. Das ist Goldene sightseis. Ich weiß nicht, warum ich das nicht weiß, warum ich das nicht weiß. Hey! Monday morning. Tschüss! Es ist Hölle, es ist so kalt gewesen und jetzt ist Himmel geworden, Paradies, Sonne und Wetter ist gut, ich habe gefroren. Ich komme nach vorne. Tschüss! Mein Großer, ihr hecht! Lillaya, dann auf dich! Ah! Tjein zufrieden. Fillepilze. Ich habe eine Fillepilze geflügt. Ich habe einen Verspaar. Tschüss. Tjein zufrieden. Min liebe Horn. Lilla Vegetal, akta dig. Akta dig. Akta dig. Lilla Vegetal, akta dig. Annars tar jag dig. Tja! Unterwegs. Machen. Jetzt sind wir mit Lauf. Tschüss. Machen. 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 Tja. Machen. Machen. Ich gehe jetzt an Stripparade und Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party und ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt, ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannend. Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder der Freundin. Tschüss! Nein, gib ihn zum Bissen, weißt du? Jetzt haben wir wieder einen. Denают uns. Dann spiele ich das mal und es ist schön. Warte, töne in der Nacht. Ganz der Nacht ist so laut. Hier. Her kommt ein Grapp von Ecuador. Grapp von Luka von Gerüse. Farbe som ich nicht will be lást du. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.